Am 1. Januar zeigt dir Nick Jr. Doras größte Abenteuer. Hilf Dora und ihren Freunden, die Schneeprinzessin zu retten. Besuche gemeinsam mit Dora das Kristallkönigreich. Und bei Doras großem Geburtstagsabenteuer müssen Dora und Booth den Weg aus dem Märchenbuch finden. Werden sie rechtzeitig zur Feier zu Hause sein? Dora's größte Abenteuer. Samstag um 7.15 Uhr bei Nick Jr. Bei Doras großem Geburtstagsabenteuer müssen Dora und Booth den Weg aus dem Märchenbuch finden. Am 1. Januar zeigt dir Nick Jr. Doras größte Abenteuer. Besuche gemeinsam mit Dora das Kristallkönigreich. Und bei Doras... Hilft Dora und ihren Freunden, die Schneeprinzessin zu retten. Werden sie rechtzeitig zur Feier zu Hause sein?